Herzlich Willkommen zu einer neuen Führung durch das Deutsche Marienmuseum. Ich begrüße Sie heute von der Brücke des Zerstörers Mölders, unseres größten Exponats im Deutschen Marienmuseum. Ja, überhaupt des größten Museumskriegsschiffes in Deutschland. Ein Zerstörer, was ist das? Zerstörer sind ausgesprochen kampfkräftige Schiffe. Das verrät schon der Name. Sie sind kampfkräftig in allen drei Dimensionen der Seekriegführung. Die Mölders ist im Schwerpunkt für die Verbandflugabwehr beschafft worden und besitzt effektive Waffensysteme für die Luftabwehr. Die Mölders besitzt des weiteren Geschütze für die Seezielabwehr und für den Landzielbeschuss. Und last but not least besitzt sie Waffen zur Unterwasserzielabwehr für den Eigenschutz des Schiffes. Alle drei Waffensysteme oder zugehörigen Waffensysteme und Sensoren werde ich Ihnen im weiteren Verlauf der Führung vorstellen. Das Schiff liegt seit dem Jahr 2005 hier im Deutschen Marienmuseum als Museumsschiff. Dabei war es gar nicht in Wilhelmshaven stationiert. Zwischen 1969 und dem Jahr der Außer-Diet-Stellung 2003 gehörte das Schiff zum ersten Zerstörergeschwader in Kiel. Heute repräsentiert es hier in unserer kleinen Museumsflotte eben die kampfkräftigsten Einheiten. Gebaut worden ist das Schiff weder in Kiel noch in Wilhelmshaven. Nein, in den USA, dem wichtigsten Verbündeten der Bundesrepublik Deutschland, bei Bath Ironworks. Man spürt die amerikanische Herkunft des Schiffes allenthalben. Der Name des Schiffes hingegen, Mölders, ist urdeutsch. Benannt ist das Schiff nach einem ehemaligen Wehrmachtoffizier, einem Luftwaffenoffizier, General der Yachtflieger, der als Oberst auf dem Flug von der Ostfront zur Beisetzung von General Udet im November 1941 tödlich verunglückte. Warum benennt man ein solches Schiff ausgerechnet nach einem Luftwaffenoffizier? Als man das Schiff Mitte der 60er Jahre in Dienst stellte und über die Namensgebung nachdachte, wollte man ein Zeichen der Verbundenheit der drei Teilstreitkräfte setzen. Und jedes der drei Schiffe, die man in den USA bestellte, wurde nach einem verdienten, wie man damals meinte, Wehrmachtoffizier, benannt. Das Typschiff, die Lütjens, wurde nach Admiral Günther Lütjens, der das Unternehmen Rheinübung mit der Bismarckbefehligte, benannt. Die Mölders wurde nach Oberst Werner Mölders benannt. Und die Rommel trug sicherlich den prominentesten Namen nach Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Die Namensgebung erwies sich aus Richter der Bundeswehr später als unglücklich. Je weiter die Geschichte der Bundesrepublik fortschritt, je mehr man sich mit der Wehrmacht auseinandersetzte, desto deutlicher wurde, dass die Absicht, hier Soldaten zu ehren, unabhängig von ihren politischen Verstrickungen, letztlich bei diesen hohen Dienstgraden nicht aufgehen konnte. Im Jahr 2003 entschied man sich schließlich den Namen Werner Mölders wegen seiner Beteiligung am Spanischen Bürgerkrieg grundsätzlich als nicht traditionswürdig zu erklären. Dass dieses Schiff gleichwohl mit dem Namen Mölders im Museum liegt, hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass es außer Dienst gestellt wurde, bevor diese Entscheidung wirkungsmächtig wurde und es damit mit dem Namen Mölders außer Dienst gestellt wurde. Der Ort, an dem ich hier stehe, ist unverkennbar die Brücke des Schiffes, also der Ort, von dem das Schiff gesteuert wird. Es ist selbstverständlich auch der Platz, an dem sich der Kommandant des Schiffes häufig aufhält, aber keineswegs zwingend. Wenn er sich auf der Brücke befindet, ist sein Platz der Steuerbordsitz hinter mir. Am häufigsten aber befindet sich der Kommandant an sich in der Operationszentrale, die sich rückwärtig an die Brücke anschließt, die wir noch besichtigen werden, von wo aus er das Schiff im Gefecht führt. Grundsätzlich ist der Kommandant an keinen Platz gebunden, sondern hält sich dort auf, wo es das innere oder äußere Gefecht gerade erfordert. Es war weniger der technische Rüstzustand, der Anfang der Nullerjahre zur Entscheidung der Außer-Dienststellung der Zerstörerklasse 103 Bravo führte, als vielmehr die Tatsache, dass die Schiffe mit ihren 334 Mann Besatzung sehr personalintensiv waren und die Amerikaner inzwischen diese Schiffe nicht mehr betrieben. Es insofern schwierig war, an die Versorgung heranzukommen. Technisch wurden die Schiffe immer wieder modernisiert und waren so auch bis zur Außer-Dienststellung durchaus kampfkräftig und als modern zu bezeichnen. Darauf weisen auch die sich ändernden Typbezeichnungen hin. Die Schiffe wurden als Klasse 103 in den 1960er Jahren bestellt und beschafft. In den 1970er Jahren erfolgte die Modernisierung zur Klasse 103 Alpha. Unter anderem erfolgte damals die Umrüstung von schweren Heizöl auf leichtes Heizöl. Und Anfang der 1980er Jahre im Zuge der Beschaffung der Fregatten der Klasse 122 und einer notwendigen Fähigkeitsanpassung wurden die Schiffe dann zur Klasse 103 Bravo umgerüstet. Letzte Modernisierungen erfolgten dann nochmal in den 90er Jahren, die sich aber in der Typbezeichnung nicht mehr niederschlugen. Wir befinden uns jetzt in der Operationszentrale des Schiffes. Es ist gleichsam das Hirn, von dem aus der Einsatz des Schiffes und der Waffensysteme gesteuert wird. Sämtliche Sensorinformationen des Schiffes laufen in dem Führungs- und Waffeneinsatzsystem Sartir genannt zusammen und können auf die Konsolen eingespielt werden und dort abgerufen werden. In den Konsolen wird sowohl die Luftlage wie die Überwasser- als auch die Unterwasserlage mit gemonitort. Auffällig ist der eine einzelstehende Stuhl sozusagen in zweiter Reihe hinter den Konsolen. Es ist der Arbeitsplatz des Kommandanten. Er sitzt hinter dem Schiffseinsatsoffizier oder Schiffsoperationsoffizier und soll bewusst frei von händischen Tätigkeiten dort seine Entscheidungen treffen und dann umsetzen lassen. und dann hat es ein Fälle mit der Transformationsplafen Eingang Sensorinformationen Eingang 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 Eingang